So Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute machen wir mal ein kleines Duell. Gyni gegen mich und gegen Tim. FFA frei für alle. Messet Fiedern. Gyni das Geburtstagskind heute, alle mal herzlichen Glückwunsch an Gyni. Mit dem ersten Güster. Ne, das ist ein roter Auge. Geiles Teil. Auf seine neue Angel. So, 1-1-0. Gyni gerade mit der ersten Güster. Jetzt Timi mit einer schönen Brasse, glaube ich. Ja, auf jeden. Eine schöne Brasse können wir mal zeigen. Hammer. Kurz vorm Rand auf der anderen Seite. Jetzt muss ich nur noch nachlegen, weil ich habe noch keinen Fisch gefangen. So. Und der nächste im Grunde. 1-1-1-0. Schönes Teil. So, ich hatte auf jeden Fall jetzt auch gerade mal ein bisschen. Mal gucken, ob der Fisch noch sitzt. Oh, Tim, du bist. Schöne Rotfeder. Ja, also Tim hat jetzt gerade eben schön als Kameramann eine Rotfeder, aber eine richtig geile Rotfeder gezogen, Junge. Ja, und meiner ist weg, ne? Hehehe. Was? Hehehe. Geil. 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 Wir haben Arsch, Jungs. Ja. Das ist ja schön goldig. Der Sommer kommt, die Boote werden wieder startklar gemacht und wir sind am massive Feeder. Also besser geht's wirklich nicht. Kann ich euch nur ans Herz legen. Legt euch das zu, das Mess und Feeder. Das ist eine mega geile Methode, um einfach mal alternativ zu angeln. So, Freunde. Ich durfte mich jetzt auch endlich in Schneidern. Ich habe kurzerhand den Haken gewechselt. Größeres Vorfach genommen oder längeres Vorfach. Ein paar weniger malen. Und ja. Resultat. Ein kleines Rotauge. Ein hübsches Rotauge. Oder nicht? Findet ihr nicht, dass es ein hübsches Rotauge ist? Tim wieder mit einem Biss. Biss. Was? Was war das? Was machst du denn da? Ich mach da ein paar Dode Maden drauf. Die Toten ja, wa? Die leben aber bald wieder. Und was hast du heute von uns gekriegt? Alles. Alles. Eine richtig schöne Mess und Feeder Route Leute. Die zeige ich euch jetzt erstmal. Und dazu hat er auch einen schönen Mess und Feeder Korb gekriegt. Und natürlich auch den Drücker dafür, um das Futter da rein zu pressen. Voll ausgerüstet. Machen wir das gleich mal neben. Ja Mann, ich zeig ihm mal kurz deinen Angel. Günselsen. Jetzt haben wir noch eine Angel da. Ja, ne Mono. Alter. Die Boxer Mess und Feeder. Nice. Plus die Kurbel. Plus Band. Für sage und schreibe dürfen wir jetzt nicht sagen. Besten Dank Dominik Mann. Hammer Teil, Alter. Hammer Ding. Schöne Grüße an Jigs und Mo. Was denn? Schöne Grüße an Jigs und Mo. Auf jeden. Für das Geburtstagsgeschenk. Ihren Zweck hat sich auch schon getan. In Schneider hat Bündi sich schon. Wie viele Fische hast du jetzt? Einen. Einen. Ja okay. Dann steht es jetzt 2 zu 1 zu 1 zu 1. Ich mach den ganz nach unten. Ja was? Ja. Das ist besser. Also Bündi hat seinen Köder sozusagen unterm Futter. So. Ich hab meins aber oben drauf. Ach so, so hab ich das auch. Ja auf jeden. Da kommt er wieder raus. Und dann können sie ihn dann schön abnagen. Scheiße Mann, warum bleibt das nicht? So, Tim noch einmal beim Nachfeuchten. Wenn man es offen stehen lässt und die Sonne, Einstrahlung und so dabei ist, dann trocknet es ziemlich schnell wieder durch. Kleinen Schluck Wasser drauf. Durchmixen. Das wird gar nicht fest, Alter. Ja, muss nochmal neu. Wir haben jetzt immer darauf achten Leute, dass das Futter die richtige Konsistenz hat, weil ansonsten kriegt ihr das nicht perfekt an eurem Platz. Das ist sehr wichtig. So. Ja, leicht zu zerbröseln und trotzdem knetbar. Das ist immer richtig wichtig. Timo aufgeholt. 2 zu 2 zu 1 zu 1. 1. 2 zu 1. 1. 2. 3. 3. 4. 3. 1. Was war's? Was war's? Was war's? Ja, hab ich's Wieder ab! Ne, ich hab ich's Siehste, jetzt hat sie alle auch rein Jetzt ist ab! Das gibt's doch nicht! Das war ein dicker! Das war ein dicker Fisch, man! Moment! Ey! Wie viel Fisch hast du jetzt? Also, 3 zu 2 Wie viel Fisch hast du? 2 zu 1 Bin ich mit einem oder? Ja, auf jeden! Weiter geht's! Also ihr habt gerade gesehen, ich hab noch einen schönen Fisch dran gehabt Dabei hat sich leider wieder enthakt Ich hoffe, ich kann ihn jetzt nochmal haken Wo ist das? Da hinten! Inmitten von allen! Und wer war hier? Edmund Das dürfen wir nicht sagen, Mann! Doch, klar! Vielleicht will er das nicht! Edmund Piep! Hat uns eingeladen mal Auf einem Stück Wo wir nie angeln dürfen Und er wohnt da Und wir dürfen da gerne mal zu Besuch kommen Das ist doch Hammer! Dann lieben Grüße an Edmund Weil wir ihm die Mess & Feeder Montage erklärt haben 1A 1A! Nice! Danke Edmund! So, der Timo führt mit 3 Punkten Ja, das holen wir schon wieder ein Danach kommt Tim mit 2 Punkten Dann komm ich mit 2 Punkten Und Günni mit 1 Punkt Weiter geht's! Ey Timo, du hast schon wieder ein Biss Und? Oh, egal! Hauptsache Fisch, ne? Ist ab! Oh, hat sie gemarkt! Mies! Aber das hatte ich jetzt gerade eben 3-4 Mal, Alter! Egal! Trotzdem Petri, Junge! Läuft ja bei dir! So, wir haben hier jetzt auch eigentlich mal eine schöne Brasse eingestiegen Nice, nice! Damit hole ich es wieder auf! Schick, schick! Danke Tim! Jauber! Jawoll! Hier ist mich! Hoffentlich komm ich damit wieder an die Spitze, Leute! Schau weg! Ja, wir sind da schön auf den B crashed! Ja, eine wunderschönen Verbrassen Schön auf 4 Maden eingestiegen Okay Ich habe basedchnis auf 4 Maden eingestiegen leidene � immer noch auf die Messwitfeeder nicht selbst Haackmontage sondern Freilauf Oh, die haben gerade voll eingestiegen Weiter geht es, Leute! So, damit führt Timo immer noch mit 3 Punkten Tim mit 2 und Günni mit 1 Punkt Tim ist schon wieder fleißig amד-ing montagen zurechtbasteln es geht weiter die sonne kommt noch ein bisschen durch die fischer haben noch bock wir haben noch bock weiter gehen und was glaubst wer ist rennen gewinnen timo freunde so langsam kühlt es ab es ist immer noch ein kopf an kopf rennen zwischen mir und timo leider können wir gerade keine bisse verzeichnet das futter ist auch bald alle also wir sind durch ja nicht mit dem tag jetzt entscheidet sich nur noch wer hier jetzt das rennen macht weil es da jetzt eigentlich auf den hinteren plätzen ich bin immer noch bei 1 ja warum was ist da los lass mal gucken hier ja sie wunderbar aus war schön auf kante abgelegt wie kann das denn war hast du wenigstens mal ein bisschen so freunde jetzt klar ist mal timo sein platz so freunde der abend bricht an wir haben uns jetzt noch überlegt dass wir im zweiten teil mess und fiedern starten und ihr dürft jetzt mal überlegen wer das match wohl gewinnt schreibt das mal unten in die kommentare rein und bis dahin vergesst nicht zu liken zu kommentieren zu abonnieren haut rein peace leute